Hallo Leute und willkommen zurück zu Call of Duty Classics. Ja, in der letzten Folge haben wir oder sind wir weiter durchs Dalingrad gewandert. Wir hatten heftigen Widerstand mit den Deutschen, haben sie aber erfolgreich zurückgedrängt und sind schließlich zu unserem Kommandanten gelangt. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet, was uns als nächstes erwartet. Ja, ich hoffe ihr auch. Starten wir mal die Mission. Ah, wir sind in den Kalänen von Stalin gerad. Also unter ihr. Der Lord der Sowjetunion, dieses sinnlose Blutvergiss zwischen unseren Volkern ist nicht nötig. Das deutsche Volk ist nicht ihr Feind. Wenn sie aufgeben, werden sie gut behandelt. Die erhalten waren Dessen, warme Kleidung und medizinische Versorgung. Die deutsche Armee ist ihr Feind. Ich höre Flederbäuser. Alles klar. Aber nicht lange. Okay, das warme die. Sag mal, stimmt doch ein bisschen. Ah, das habe ich mir verletzt. Okay. Mist. Ja, ja, ja. Ich habe verstanden. Du Stimme aus dem Lautsprecher. Wichser. 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 Erlebt. Ja. Hier haben wir auch Einzelschuss, aber brauchen wir ja nicht. Freunde oder Feind? Ah, Freunde. Besser mal weg. Nachladen. Besser mal nachladen. Wer weiß was und was noch auf uns zukommt. Ah. Schön, dass du dich gerade hingelegt hast. Gibt es das? Erlebt ja noch. Gibt es das? Erlebt ja noch. Habe ich eigentlich eine Granate? Und die Wehr betrefft. Und vertrefft. Und vertrefft. Und vertrefft. Und vertrefft. Granate. Okay, 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 okay. Wow. Mist. Das ist verknackt. Wow. Noch einer? Das war knapp. Wow. Natürlich ist da noch einer. So hässlich ein kleiner Bastard. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wow. Das war knapp. Hoppsa. Leben. Oh, Leben. Okay, es geht wieder nach unten. Was soll das? Kommt mir nicht dumm. Meine Güte. Was gibt es hier unten? Okay. Na toll. Ich würde mal sagen, ich stehe knietief in der Scheiße. Lecker. Wow. Total. Das ist viel zu offen. Das ist viel zu offen. Und dass sie anständig behandeln. Wollen sie überlegen. Dann legen sie wieder so aus. Legen sie die Waffen wieder. Und nähern sie sich noch hoch. Mit Höchst. Der seht die deutschen Verträge. Die erhaltbaren Drift. Getränke. Und medizinische Verlust. Noch wer? Wenn der Krieg verbreitet. Sind sie frei. Und kehren sie ihre Familie zurück. Ja, ja, ja. Wer es glaubt, wird zählich. Nicht, dass da einer von hinten kommt und mich erschießen will. Okay. Es geht doch mal gut voran. Okay, hier geht's raus. Ach, Gott, wer da. Einer Kamerade. Gut, seitdem war ich vor. Okay, rechts rum, links. Okay, geht's hier raus? Nein? Ach, du liebe Güte. Ja, sag mal. Wie gibt's hier noch? Los, los, los! Ja, genau. Gib mir mal Deckung. Nein. Gut, es hat sich nur ganz kurz aufgegangen. Gott sei Dank. Gut, 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 gut. Wow. Wow. Okay, hier komme ich mal nicht hoch. Rechts rum, links rum, rechts rum. Wow. Also, hoch müssen wir auf jeden Fall. Wow. Wow, Mann, was für ein Labyrinth. Okay. Oh, es hat gespeichert. Oh, es hat gespeichert. Herz in den Glühschrumpf. Ah. Wow. 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 Nicht mit mir. Okay. Kommen wir hier überhaupt hoch? Okay, hallo! Ach du liebe Güte, da ist noch einer. Aha, wir haben es geschafft, nach unten, supi, nächstes Level würde ich sagen. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, das war was. Ah, jetzt müssen wir wieder warten, 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 warten. Also, so wie es aussieht, wird es ruckeln, sorry, ich weiß nicht, wo dran es liegt, nicht am Laptop, es kann nur das Aufnahme-